Herzlich Willkommen zurück zu WOT Replays. Ich bin Keuli, Replay Challenge Kalenderwoche 48 ist im gang und unterwegs mit Tiger 1892. Ganz fleißig ein Sender, vielen Dank für das Replay. Wir sind auf chinesische Mauer und wir fahren M6A2E1 oder kurz Dat Alien Außenstaaten. Das ist mal eine hässliche Kiste, meine Fresse ist das wirklich eine oberhässliche Kiste. Dafür ist egal, gepanzert. Obere Wanne, kaum ein Durchkommen für alle Achter, für die meisten Achter. Für die Neuner sieht es schon ein bisschen besser aus. Zehner haben es dann deutlich leichter am Turm. Verzweifelt so ziemlich jeder. Kanone ist 105mm, aber die hat 204 Durchschlag bei 320 Schaden auf Standard, 245 Durchschlag bei 320 Schaden auf Premium und 420 Schaden bei 53 Durchschlag auf HI. Wir haben typisch amerikanisch sehr viel Munition dabei, 60 Schuss ist eine ordentliche Ansage. Wenn du das Video siehst, bitte einmal kurz anschreiben, was du hier für eine Nachladzeit hast und was du drinnen eingebaut hast und was du hier skillt hast. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Die Panzer, äh, die Fahrzeuge sieht man relativ selten, was ein bisschen schade finde, denn der ist, gerade wenn er im Zug gefahren wird, wahnsinnig effektiv, wenn man weiß, wie man da seine Panzerung ins Spiel bringt. Anwinkeln ist da nicht viel, denn es geht frontal recht wenig durch, solange man die untere Wanne versteckt, geht's eigentlich. So, wir sind auf chinesischer Mauer, in einem 9er-Gerfecht mit 8,7er Unterstützung, haben ein T10 als Gegner, ein 53TP, ein Ferdinand, ein U-Des-03, ein HWK-12, ein ONI. Ja, in puncto Mobilität ist er ein typischer Heavy, kein Super Heavy, obwohl er das Gewicht fast, fast mitbringen würde. Es macht wahnsinnig Spaß, ihm zuzuschauen. Wenn er ein richtiger Handy ist, natürlich. Eine Art Hymor, ein Aufklärer nur, jede Menge schwere Panzer, so wie sich das gehört. Da gibt's bereits das erste Schmerzale für den Type-61, aber der wehrt sich, der Drecksack, schießt uns durch die untere Banne. Da scheint jemand nicht zu wissen, woher der böse Feind kommt. HTC kriegt die nächste Granate ab. Bisschen weiter rechts, ok, hat gereicht. 935 Schaden. Vom HTC sind noch 10 HP übrig. War nochmal das Munizlohnsager gesprengt für 10 HP, das ist fast schon lächerlich. 45 TP ist der Nächste, ist noch full live. Den können wir gleich von hinten mal ein bisschen anschubsen. Wenn wir das wollen, wollen wir das? Wir müssten dann die Seite von unserem Turm präsentieren. Das ist die Frage, ob das unbedingt nötig ist. Lieber da drüben auf den Medium schießen. Wunderbar, ja genau, das meine ich. Type-5 Schwerz setzt sich dahin gegen den 53 TP durch, hinten auf der Einzellinie. Und der 45 TP ist immer noch nicht raus. Den brauchen Sie bloß, um sich wegrummeln, dann ist das Ding da gegessen. Keine Ahnung, was das Problem ist. Wir haben noch 721 HP, also schon einiges eingesteckt. 5 zu 3, es geht hier weiter wie das fleißige Mäusenmelken. Ich kann noch ein bisschen einsetzen, über den Hügel schieben, Munition anbringen, genauso gehört sich das. Jetzt werden wir den Comedian in die Zange nehmen. Type-61 konnte sich da erfolgreich aus dem Verkehr ziehen lassen, bzw. aus der Affäre ziehen, aus dem Verkehr ziehen lassen, ich Idiot. Oh oh, von links kommt ein HWK. Müssen wir mal schauen, dass wir da einen Schuss drauf kriegen. Hat nicht getroffen, wie es aussieht. Nee, hat nicht getroffen. Ja, sehr mutig, alter Schwede. Mein lieber HWK, das ist... Ja, hat mit Mut nichts mehr zu tun. Das war einfach schon dumm. Vorsicht, Comet, da wird sich das T20 krallen, wenn es das richtig macht. Oder aber wir holen uns den Comet. Der dürfte nicht durchkommen, normalerweise. Ja, prallt ab, mit Standard-Munition hat er keine Chance. Ich würde auf Premium wechseln, mein Freund. Keine Chance. Kill Nummer 2. 2013 Schaden, 455 Schaden geblockt. 296 Schaden aufgeklärt. So, wo ist der Type-160? Wo ist der HWK? Wo ist der T10? Was ist noch übrig? Ferdinand, Tiger 1. UDES. UDES. 8 zu 8 steht's. Also hier ist noch lange nicht der Drops gelutscht. An der Artillerie werden wir da hinten gleich einbüßen. Ich vermute, dass hier irgendwo hinten der UDES steht. Na, das ist der Ferdinand mit der 320er Stelle. Okay. Da nehmen wir ja eigentlich mehr erwartet. Da haben wir ja die kleine Kanone drauf. Ja, da die kleine Kanone drauf. Allein schon von der Kadenz her, also von der schnellen Schussfolge, sieht man, dass da einfach mal ein schwacher Panzer unterwegs ist, beziehungsweise die Kanone zu schwach ist und mit 320 Schaden hat auf jeden Fall die falsche Kanone drauf. So, Ferdinand weiß nicht, wo er hinschießen soll. Untere Wanne, mein Freund, da hättest du eventuell eine Chance. Nicht mal mit EPCR kommt er durch. Wir wissen genau, wo wir hinschießen müssen. Untere Wanne, gnadenlos die Kiste. Wahnsinn. Wunderbar, 37 Schaden gemacht. So, wie sich das gehört. Ne, ne. Er kommt bei dir nicht durch. Jetzt brauche ich auch nicht auf den... Okay. Ach, mein Gott. So, 2978 Schaden. Wir haben über 2000 Schaden geblockt. Das ist mal richtig, gell. Der UDES da hinten wird jetzt unseren Type 4 Schwer angehen. Und wir werden es hier weiter durchschlagen. Type 1, 60 und Tiger 1 warten da auf uns. Eine Artillerie dürfte sich hinten irgendwo in Richtung T-10 bewegt haben. Ich glaube nicht, dass wir die hier noch irgendwo sehen. Einer stellt sich zum Käppen rein. Das macht der Uni. Vielleicht der T-29 hinterher. Wir werden hier den Aufgang nach Möglichkeit sichern. Und dann in Ruhe durchkäppen. Oder wir drücken. Drücken ist so eine Sache. Tiger 1 kommt zwar nicht bei uns so auf den ersten Blick durch. Aber der Type 1, 60. Hat man gerade gesehen. Hat es da relativ einfach. Okay. Mein Freund. 203 Durchschlag ist zu wenig. Vorsicht, dass du dir nicht den Panzer umdrehst. Junge Freund. Jawohl, hat er keine Chance. Hat er keine Chance. I Vizekatze aus Deutschland. Chancenlos. Aber er schießt fleißig drauf. Hat keinen denn nicht mehr Premium geladen. Noch nicht mal Premium, Leute. So. Noch 10 Sekunden, dann ist das Spiel hier vorbei. Seitdem wir in dem Vorhang noch den T-10 raus. Glaube ich nicht. Auch wenn er jetzt auf den Type 4 schwer trifft. 4.280 Schaden gemacht. 4 Kills. 2.775 Schaden haben wir geblockt. Und 329 Schaden aufgeklärt. Artillerie bleibt noch am Leben. T-10 ist raus. Geile Runde. Man sieht den wirklich selten. Ich hatte letzte Woche schon eins. Aber diese Woche noch eins. Das ist wie ein Sechser im Lotto. Deswegen spiele ich kein Lotto mehr. Deswegen. So. High-Kalibra bekommen. Eine Stahlwand haben wir auf jeden Fall bekommen. Zwei von diesen hübschen Scheinchen hier. Ein bisschen gedönst und gezuppelt. Ein M. Das gehört auf jeden Fall auf dieses Fahrzeug. Panzer Ass mit dem Mutant. 1413 Basics B sollten wohl reichen. Und im Gegnerteam hat der Type 61 ordentliche Leistung gemacht. Mit 3.161 Schaden. Wir haben 18 Schüsse abgefolgt. Wir haben 17 mal getroffen. Und 16 mal durchschlagen. Wir haben keinen Schaden. Wir haben über 300 Meter fabriziert. Würde aber gehen. So ganz ungenau ist die Kanone dann doch nicht. So. Ist ein Premium-Panzer. Man sieht es. 135.000 nehmen wir ein. Plus 20.000 spezielle Auszahlung. 37.000 für Munition. Bleiben 113.935 netto übrig. Das ist mal ordentlich. Kann man echt nicht meckern. Wenn es euch gefallen hat, Leute, ihr wisst Bescheid. Drauflegen. Like da lassen. Abo für meinen Kanal natürlich. Ich würde mich drüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns sehr bald wieder. Und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut. Und ciao.